Das Bild habe ich gemalt, als meine Freundin vor kurzem gestorben ist. Und dann habe ich gesagt, ich widme ihr ein Bild. Und dann habe ich ein Gedicht an der Seite, einmal auf Schwedisch, einmal auf Deutsch, weil ich bin ja Schwedin. Und das Bild heißt Das Tor. Da sieht man vielleicht auch, wenn sie ins Tor geht, da warten auch die Seelen auf sie. Und das ist ein Universum mit mehr verschiedenen Sternbilder und Engeln und so weiter. Ja, und das Gedicht, was stammt da drin? Das steht da? Ja, warte mal, kommst du. In's Licht? Ja, lass die Liste mal vor. Ich bin ins Licht gegangen, leicht, unbeschwert, ganz unbefangen. Empfangen im Licht und in Liebe und Wild. Mein Leben auf Erden habe ich erfüllt. Meine Seele beflügelt, sie schwebt ganz frei. Bis unser Wiedersehen bin ich bei euch dabei. Super. Super. Danke. Vielen Dank.